Gucke mal, ja! Ja, was hat Hansi denn da? Ja! Ist das deine Kette? Ist das deine Kette? Ja! Gucke mal! Ist das deine Kette? Na, was jetzt? Na, was jetzt? Mensch, Hansi, das kennst du aber gut. Ach, jetzt puhlst du das auch? Ach, jetzt hast du das auch schon wieder abgepult. Ach, was ist jetzt? Der hing ja eben wieder dran, du.